Kovare, früher Schmiedeberg, liegt im Tal des Isselbachs zwischen zwei Gebirgszügen, Riesengebirge und Landeshutterkamm. Zu den wichtigsten Vorteilen der Stadt gehören umliegende Berge und Wälder. 2000 wurden die Stollen beim Hirschgraben touristisch erschlossen. Im Laufe der einigen nächsten Jahre ist die Liste der zu besuchenden Orte erheblich gewachsen. Es wurden Haus der Traditionen des lokalen Vereins Stowarzyszenie Mioschników-Kowar, Heimatstube im Rathaus, bereits im ganz Polen bekannter Miniaturenpark der Denkmäler von Niederschlesien, Stollen im ehemaligen Radon-Inhalatorium, Sentimentmuseum für Volksrepublik Polen und Ausstellung von Folterwerkzeug im Stadtteil Wojków eröffnet. Endlich laden einige gastronomische Lokale ein. Vor kurzem war klatsch zu hören, dass ein Brauhaus oder sogar zwei eröffnet werden sollen. Nach Rückfrage bei der Quelle stellt sich heraus, dass es wahr ist. Zwei bekannte lokale Unternehmer, Mati Mihella und Paweł Koczewski, sind fast in der gleichen Zeit auf die Idee gekommen, ein Restaurant zu eröffnen, in dem Bier gebraut wird. Das erste Projekt nennt sich Kowarski Browar Urania. Das andere wartet noch auf einen Namen. Es stellt sich heraus, dass die Bierbau-Tradition in Koware eine lange Geschichte hat, die heute wenig bekannt ist. Sie reicht bis ins Mittelalter. Braugeschichte in Koware In der ersten Urkunde vom 6. Oktober 1355, den Schweidnitz herausgegeben und in Liebau verfasst wurde, wird Schmiedeberg erwähnt und genauer gesagt Smedeberg, kleingeschrieben. Volko II. von Schweidnitz-Jauer und seine Frau Agnes von Habsburg sprachen die Abhängigkeit der Siedlung am Eselbach von Hirschberg an. Sie bezweckten, dass die Bergleute und Schmiede das Gesetz der Meile befolgen und ihre Ärzte und Schmiedeprodukte nicht ohne die Beteiligung der Einwohner von Hirschberg verkaufen. Es war durch das am 3. Juni 1348 herausgegebene Dokument geregelt, in dem auf ausdrücklichen Wunsch der Stadtbürger unter Androhung einer Geldstrafe verboten wird, im Umkreis von Hirschberg Tuch herzustellen, mit Salz und Malz zu handeln und Gasthäuser zu führen. Dieses Dokument betrifft als erstes in unserer Gegend das Bier. Es lässt vermuten, dass in der Gegend ein illegales Gasthaus tätig war. Befand es sich in Schmiedeberg? Wurde hier illegal Bier verkauft? Das können wir mit Sicherheit nicht feststellen. Das Problem des illegalen Verkaufs des goldenen Getränks kehrte einige Male wieder. Die Hirschberger beschwerten sich am 17. Februar 1408 vor dem tschechischen König Wenzel IV. über Schmiedeberger, die mit Bier gehandelt haben, war es ihrer Meinung nach gegen das Privileg von 1348 verstoß. Der Konflikt spitzte sich zu. Die Schmiedeberger wollten das rechtliche Biermonopol der Hirschberger nicht anerkennen. Schließlich führte Hannus I., der nächste Besitzer aus dem Rittergeschlecht Schafgott, 1454 zu einem Vergleich. Drei von vier ersten Punkten betrafen Bierangelegenheiten. Punkt 1. Dem Import von tschechischem Bier wird Halt gemacht. Kein Einwohner von Schmiedeberg, sei es ein Gastwirt, ein Schmiedemeister oder sonst jemand, darf Bier aus Böhmen kaufen oder verkaufen. Punkt 3. Außer dem Vogt von Schmiedeberg hat keine andere Person das Recht, Bier zu brauen. Der Vogt darf jedoch nicht mehr als 18 Abkochungen im Jahr machen, je zur Hälfte aus Gerste und Weizen. Und das Bier darf nur in der ihm gehörenden Mittelschenke verkauft werden. Der Verkauf von Bier in Fässern ist verboten, auch dem Vogt. Punkt 4. Ein Einwohner von Schmiedeberg, der in Hirschberg Bier kauft, zahlt keine höhere Malzsteuer als 6 Heller pro Ental und sollte auch beim Kauf von Malz Vorrang haben. Jeder Einwohner von Schmiedeberg kann in Hirschberg bei einem beliebigen Verkäufer Bier kaufen, es verkosten und nach dem Anstechen des oberen Fasses und dem Abzapfen des unteren Fasses entscheiden, welches Bier eingeschenkt werden soll. Die Vereinbarung beendet die Zeit, die man als Bierkrieg bezeichnen kann. Der letzte Rechtsakt, der das Brauen in Schmiedeberg erlaubte, war die Verleihung der Stadtrechte am 4. November 1513 durch Vladislav II. von Böhm und Ungarn. In dieser Urkunde ist zu lesen, dass die Bewohner der neuen Stadt alle Gunst, Freiheit und Handwerk nutzen können, Melzereien und Bierbrauereien errichten zu dürfen. Wer war am meisten gegen die Gewährung von Stadtrechten? Und natürlich Hirschberg. An dieser Stelle müssen Sie sich fragen, warum es so wichtig war. Die Antwort hat mit Geld zu tun. Das Brauen war im Mittelalter eine sehr wichtige Einnahmequelle. Damals war aber das goldene Getränk nicht golden. Die heutigen Biertrinker würden sich schwer tun, diese Flüssigkeit zu schlucken. Das Bier war trüb, voller schwimmender Malzreste, weil es nicht gefiltert wurde. Es hatte nicht die sprichwörtliche Bierbitterkeit, weil der Hopfen noch nicht verwendet wurde. Trotzdem wurde es von allen gerne getrunken, sowohl von den Adligen als auch vom Pöbel. Das bedeutet, dass es ein billiges und weit verbreitetes Getränk war. Zusätzlich tranken auch Frauen und Kinder das Getränk. Obwohl es heute vielleicht schockiert, war Bier gesünder als Wasser. Vor allem in Großstädten wie Breslau oder Prag, die über keine Kanalisation verfügten, wurden Abfälle, vor allem organische, in den Fluss eingeleitet. Das Trinken von solch ungekochtem Wasser führte zu schweren gesundheitlichen Problemen. Währenddessen tötete eine kleine Menge Alkohol im Bier die meisten schädlichen Bakterien ab. Wie war es in Niederschlesien? Die ersten Bierbrauereien wurden von Klüstern gegründet. Die schlesischen Piasten-Hörzüge seien darin ein gutes Geschäft für ihr eigenes Einkommen und erlaubten bald das Bierbrauen in ihren zersplitterten Fürstentümern. Das älteste derartige Privileg stammt aus der Zeit von Heinrich I., dem Jahr 1209, aus Löwenberg. Dies ist der früheste datierte Hinweis auf das Recht, auf polnischem Boden Bier zu brauen. Weitere interessante Fakten, die damit verbunden sind, ist der Schwur von Leszek, dem Weißen, vor dem Papst, an einem Kreuzzug teilzunehmen. Dies ist der früheste datierte Hinweis auf das Recht, auf polnischem Boden Bier zu brauen. Weitere interessante Fakten, die damit verbunden sind, ist der Schwur von Leszek, dem Weißen, vor dem Papst, an einem Kreuzzug teilzunehmen. Allerdings trat der Herzog später zurück, wegen Bier. In einer Kornik lesen wir, es gibt kein Bier in Palästina, so kann man dort nicht leben, soll der Fürst gesagt haben und ist mit päpstlicher Zustimmung auf den Kreuzzug nicht gegangen. Ein Meilenstein in der Herstellung von Bier war die Erfindung von Josef Groll in Pilsen im Jahr 1842. Mit der sogenannten Untergärung stellte er ein Bier her, das weltweit als Lagerbier bekannt ist. Das Getränk erlangte eine goldene Farbe und Transparenz. In Polen wird es Jasne Peune genannt. Zurück nach Schmiedeberg. Zur gleichen Zeit entwickelte sich im Riesengebirge rasch die touristische Bewegung und forcierte die Organisation von Unterkunft und Gastronomie. Im 19. Jahrhundert wurde Schmiedeberg zu einem beliebten Ausgangspunkt für Touristen und das Aushängeschild des Ortes war die Hornschlittenfahrt vom Grenzbaudenpass. Interessanterweise lag so viel Schnee, dass die Fahrt im Gasthaus zum Goldenen Stern endete, das direkt an der Pfarrkirche im Herzen der Stadt lag. Im Sommer, nach einer Wanderung im Riesengebirge oder Landesrutterkamm, musste ein müder Wanderer etwas essen und trinken. Heute ist es kaum zu glauben, wie viele Hotels, Restaurants und Gasthäuser es in Schmiedeberg gab. Wir können sie auf zahlreichen Fotos und Postkarten im Traditionshaus des Vereins Stowarzyschanie Miroschników-Kowal und in der Zweigstelle der Stadtbibliothek im Stadtteil Wojków sehen, wo 2021 das Brauereizentrum im Rahmen des europäischen Projekts Erforschung der polnisch-deutschen Biertraditionen eröffnet wurde. Im Adressbuch von 1878 können wir lesen, dass es in der Stadt eine Brauerei gab. Wir wissen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts bereits zwei Brauereien tätig waren. Die erste, Stadtbrauerei genannt, gehörte der Firma Engelhardt und befand sich an der Stelle, wo später viele Jahre lang die Bierhalle Zerulik betrieben wurde. Die Brauerei war bis in die 60er Jahre geöffnet und wurde in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts abgerissen, wobei ein Schatz an Gold- und Silbermünzen entdeckt wurde. Die letzte Spur davon ist ein ehemaliges Bürogebäude, das sich unter der heutigen Adresse Varinskiego Straße 8 befindet. Das andere gab es in Buschvorberg, einem Stadtteil von Spieneberg, unter der heutigen Adresse Karpatska Straße 1. Das Gebäude beherbergte ein Restaurant mit eigener Brauerei. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude in einem Gemeinschaftsraum umfunktioniert und in den 70er Jahren in ein Wohnhaus. Nach 1945 verwandelte sich der wohlhabende Touristenort in eine geschlossene industrielle Bergbaustadt mit sehr eingeschränktem Zugang wegen dem Uranerzabbau. Die Stadt wuchs schnell. Der Bedarf an einer großen Anzahl von Wohnräumen führte dazu, dass die alten deutschen Gasthöfe und Hotels in Arbeiterwohnungen verwandelt wurden. Auch die Trinkgewohnheiten haben sich geändert. Die neuen Bewohner bevorzugten stärkeren Alkohol, was auch durch ständige Probleme bei der Versorgung mit Grundnachungsmitteln, darunter auch Bier, bedingt war. Diese Situation änderte sich erst nach der wirtschaftlichen Transformation zu Beginn der 90er Jahre. Bierbars schossen aus dem Boden wie die sprichwörtlichen Pilze nach dem Regen. Ausgehend vom Stadtteil Podguse konnte man eine Tour um diese Trinkhäuser organisieren und dabei das ganze Kovare besuchen. Sicherlich gab es noch ein paar Orte, an denen man Bier trinken konnte, aber so tief reicht die Erinnerung des Autors leider nicht. Die meisten Kneipen haben nicht sehr lange gehalten. Zum Bier konnte man meist noch ein Bier bestellen. Selten wurde etwas zu essen angeboten. So waren die Zeiten und Anforderungen der Kunden. Bezogen auf den Konsum ist Bier nach Wasser und Tee das drittbeliebteste Getränk der Welt. Das goldene Getränk ist in Polen sehr wichtig. Der Verbrauch wächst stetig und wir holen zu den Spitzenreitern auf. Die neuesten Daten zeigen, dass ein durchschnittlicher Pole 99 Liter Bier pro Jahr konsumiert, was uns den fünften Platz in der Welt beschert. Uns fehlen nur 8 Liter zum zweiten Platz. Dies ist die Menge, die benötigt wird, um zu Deutschland aufzuschließen. Die unübertroffenen Tschechen mit 168 Litern Bier pro statistischen Kopf halten seit vielen Jahren den ersten Platz und es scheint nicht möglich, sie zu entthronen. Die nächste Brauerei, in der wir einheimisches Bier trinken können, befindet sich zur Zeit 14 Kilometer von Kovare entfernt. Es handelt sich um einen kleinen tschechischen Pivovar, Trautenberg, der direkt hinter der Grenze am Grenzbaudenpass liegt und ein Teil des Grenzbrau-Wanderweges ist, der bierrote im Riesengebirge, Grkonoschska Pivni Steska heißt. Heute wissen wir immer noch nicht, wann wir Bier aus Kovare trinken können. Wir Liebhaber warten sehnsüchtig auf diesen Moment, indem wir unsere eigenen Brauereien von Kovare vorzeigen können. Untertitelung des ZDF, 2020